Du bist schon da? Wo warst du? Setz dich. Meine Mutter. Bonjour. Bonjour, Madame. Bonjour. Bonjour. Schön, dich zu sehen. Sie wissen ja sicher, dass er so bald nicht zurückkommen wird. Also soll ich Ihnen ausrichten, dass mein Sohn an Sie denkt. Und an Sie glaubt. Lernt weiter, sage ich euch. Seid nicht zu selbstsicher. Probiert euch aus. Wagt etwas. Riskiert etwas. Irrt euch. Habt nie Angst, euch lächerlich zu machen. Seid nicht bemüht und nicht vorsichtig. Es sind deine letzten Momente mit ihr. Das letzte Mal, dass du ihr Lächeln siehst. Seid großzügig und authentisch. Das Leben wird ohne den anderen weitergehen. Habt Vertrauen in eure Jugend. Und in eure Naivität. Habt Träume und folgt ihnen. So. Jetzt sehe ich Zärtlichkeit. Habt keine Angst. Lebt alles bis zum Ende. Intensiv. Verwirklicht euch selbst. Verwirklicht euch selbst. where going.